Während sich Angela Merkel auf den Gipfel am Montag vorbereitet hat, hat es Seehofer für sinnvoller gehalten, sich am Freitag mit dem konsequentesten Gegner einer gemeinsamen europäischen Lösung zu treffen. Wieder mal fällt Seehofer öffentlichkeitswirksam in den Rücken. Wir haben unsere investigative Reporterin Kirstin Warnke losgeschickt, um Seehofer nach Budapest zu begleiten. Um ihn besser kennenzulernen. Ich bin gespannt auf Informationen aus erster Hand. Herzlich willkommen, Kirstin Warnke. Seehofer trifft Orban, wieder eine Provokation. Wieder mal fällt er Angela Merkel in den Rücken. Was ist dein Eindruck? Du hast ihn jetzt kennenlernen dürfen. Wie kommt es, dass Seehofer sich so etwas immer wieder herausnimmt? Herr Krasin, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Meine Theorie, nachdem ich ihn persönlich kennenlernen durfte, ist die. Er ist nun mal bei aller notwendigen Kritik, die man an ihm üben kann, ja sogar üben muss, ein außergewöhnlich großer bayerischer Ministerpräsident. Aha, also er hat für Bayern viel erreicht. Nicht nur das, er ist groß. Ein ungewöhnlich großer Mann. Das fällt schon auf aus der Nähe. Ja, aber das ist ja was Körpergröße, das könnte man ja auch von zu Hause aus googeln. Dafür muss man ja nicht nach Budapest. Ja, aber das ist ja eben nicht dasselbe. Okay. Kirstin, neben der Körpergröße, was kannst du uns als investigative Journalistin sonst noch berichten aus Budapest? Ja, Horst Seehofer ist in der Tat ein absolut rücksichtsloser Mensch. Er ist ein Mann, der ohne eine Sekunde zu zögern seine Interessen über andere stellt. Das kann man abscheulich finden, es macht aber auch an. Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Es macht an. Es macht an. Es macht an. Ganz schlechten Eindruck macht das. Äh, ist alles in Ordnung, Kirstin? Alles bestens. Horst Seehofer ist ein Mann, der Grenzen setzt. Ah, die Obergrenzen in der Flüchtlingsdebatte. Ja, auch. Aber nicht nur. Gerade, wenn man ihn mit Viktor Orban erlebt, dann merkt man, die sind eben so ganz anders als diese metrosexuellen Weicheier, diese scheiß veganen Hipster mit ihrem Sojamilchkaffee. Mit ihrem Sojamilchkaffee und ihrem Männerdutt. Ich meine, Männerdutt, können Sie sich das vorstellen? Nein, Sie liegen neben Horst Seehofer im Bett und der löst seinen Männerdutt? Nein, 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 ich bin allerdings schon im ersten Teil des Satzes ausgestiegen. Entschuldigung. Horst Seehofer ist, das ist mir am Freitag in Budapest noch mal klar geworden, Horst Seehofer ist ein Mann fürs Grobe. Ein echter Kerl, der dir zum Frühstück auch mal eigenhändig einen Schwein schlachtet. Ein Naturbursche, der auch in Gummistiefeln noch eine fesche Figur abgibt. Auch wenn er sonst nichts anhat. Wie kommt man denn auf sowas? Äh, reines Kopfkino. Entschuldigung. Entschuldigung. Christine, darf ich offen sprechen? Ich habe das Gefühl, ich spreche es einfach mal aus, dass Sie in Budapest ein klein wenig Ihre Professionalität außer Acht gelassen haben. Und ich sage es einfach mal, dass Sie sich in Horst Seehofer verliebt haben. Ach, haben Sie einen Knall? Ich würde niemals, würde ich meine journalistische Distanz dermaßen aufgeben und mich in Horst Seehofer verlieben. Nein, sicher nicht. Nein, das ist was rein Sexuelles. Wie in diesem Buch. Wie in welchem Buch? Fifty Shades of Horst. Habe ich das gerade laut gesagt? Ich glaube, wir brechen hier einfach mal ab. Ich glaube auch. Kirstin Warnke. Kirstin Warnke. Kirstin Warnke. Kirstin Warnke. Kirstin Warnke. Kirstin Warnke.